Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und ja, jetzt haben wir... Das Jahr ist bald rum, Silvester steht vor der Tür und das heißt, es wird mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Ja, ich möchte euch einfach zeigen, was ich aufgebraucht habe im Monat Dezember. Aber es ist gefühlt, glaube ich, gar nicht so viel, obwohl die Tüte recht voll ist. Aber da sind, glaube ich, viele Kosmetiktücher dabei diesmal. Hier ist mein Müll und genau, ich bin heute mal komplett ungeschminkt. Nägel sind auch nicht gemacht, so wie Gott mich schuf quasi, sitze ich jetzt hier vor der Kamera. Aber ja, ich fühle mich wohl. Ich hatte jetzt ein paar Tage, wo ich, weiß ich nicht, schon Lust hatte, mich zu schminken. Aber ich dachte mir, nö, lass mal ein bisschen Luft an der Haut, lass das mal einfach weg. Aber es kommen jetzt bald wieder ein paar Schmink-Videos. Aber jetzt geht es um meinen Aufgebrauchten, um meinen Müll. Da fange ich mal an. Ja, ich hatte irgendwie zwei, drei Kosmetik-Boxen gleichzeitig offen, beziehungsweise in Gebrauch. Und deshalb habe ich, glaube ich, drei Boxen geleert. Und zwar von Kleenex. Ich glaube, das habe ich mal bei Rossmann gekauft. Ist das diese Tücher-Box? Die waren nicht schlecht, aber ich glaube, die waren nicht so reißfest. Obwohl, drei lag ich. Na, also es ging, war okay. Die Kleenex, glaube ich, die sind, glaube ich, ein bisschen teurer wie die von Balea, äh, vom DM. Aber waren okay. Okay, dann habe ich hier welche von, was ist denn da drin? Oh, Moment, da ist was reingefallen. Das ist von, was war, ach, von Rewe, genau. Vom Rewe, Taschentücher-Box. Äh, die fand ich sehr, sehr gut. Und ich fand halt, ähm, als ich bei Rewe war, dieses Design mit diesen, äh, was sind das, Macaroons? Ja, das sind, glaube ich, diese Macaroons, ne? Ich fand halt die Box ganz süß. Und die fand ich auch gut. Das waren 100 Stück. Vier lag ich, besonders reißfest. Und ich glaube, ich gucke demnächst einfach mal beim Rewe. Ich gucke, also wenn ich im Kauf, also wenn ich so Lebensmittel einkaufe, wie jetzt zum Beispiel beim Rewe, gucke ich selten nach Kosmetiktüchern. Aber ich glaube, das sollte ich mal öfters tun, weil die fand ich sehr, sehr gut. Gut, ja, und dann habe ich noch eine Box, so ein, so ein Würfel hier. Und zwar von Isere, das ist vom Lidl, äh, war das diese Box. Da fand ich das Motiv auch total schön, ne? Die waren jetzt nicht ganz so reißfest. Sind zwar auch dreilagig, aber die waren nicht so reißfest, wie zum Beispiel die hier vom Rewe. Ähm, waren 66 Stück drin, waren aber auch okay, ne? Ja, also beim Schminken und wenn ich mir die Nägel mache, dann nehme ich mir auch immer so Kosmetiktücher und lege mir das als Unterlage, damit ich nicht meine Decke volltropfe. Da, äh, habe ich die sehr oft genommen. Ja, das waren drei Boxen, aber es waren alle drei schon offen. So, natürlich habe ich auch wieder gebadet. Ihr wisst, ich bade sehr, sehr gerne. Und habe hier in diesem Kneipp Badekristallebad drin gebadet. Habt dich lieb. Ich glaube, das habe ich mal von meiner Maus geschenkt bekommen, von der lieben Nadine. Ich grüße dich hiermit mal ganz lieb. Himbeere, Preiselbeere. Also ich muss sagen, der Duft war klasse. Also wirklich, richtig schön fruchtig nach Himbeere. Preiselbeere habe ich jetzt nicht ganz so rausgerochen, am Meer die Himbeere. War sehr pflegend für die Haut, aber es hat im Badewasser irgendwie geschäumt. Hat es auch nicht, aber das tun ja die wenigsten Badekristallbäder. Ja, aber es hat, der Duft war im Badewasser leider nicht mehr so intensiv. Schade. Aber hier aus der Tüte, wunderbar. Ja. So, dann habe ich was zum, ja genau. Also selten, dass ich euch was zeige, was ich gegessen habe, so leere Verpackungen. Aber das hier muss ich euch zeigen. Da war ich mit meinem Mann im Marktskauf. Ja, das ist auch so ein größeres Kaufhaus. Nicht ganz in meiner Nähe. Da muss ich auch so 20, 25 Minuten hinfahren mit dem Auto. Aber da kriegt man halt mehr Auswahl. Und da gab es mal diese Kokoswürfel. Und ja, habe ich vorher noch nie gegessen sowas. Also Kokos mag ich, aber Kokoswürfel, die sind gezuckert und getrocknet als Snack oder im Müsli. Ich habe die immer so gegessen. Wenn ich Hunger hatte auf Süßes, habe ich diese kleinen Kokoswürfel verzehrt. Und wo kommen die her? Ja, hier steht jetzt drauf Stolzenberg Nuss GmbH. Hier unten. Schaut mal. Weiß nicht. Ja, da. Genau. Das ist wohl die Firma, wo das herkommt. Also sowas von lecker. Und ich hoffe, dass es, ich denke mal, sowas wird es nicht immer geben. Es waren jetzt 150 Gramm. Ich glaube, innerhalb von drei Tagen habe ich die verputzt. Ja. Ist natürlich auch ordentlich Kalorien. Wie viel haben wir denn da? Auf 100 Gramm 450 Kilokalorien. Naja, aber gut. Total lecker. Ich liebe Kokoswürfel und ich werde mir die bestimmt nachkaufen, wenn ich mal wieder da im Marktkauf bin. Weil bei Rewe habe ich die noch nie gesehen bei uns leider. Mein Mann hat was gelehrt. Also eigentlich denkt mein Mann nie da dran. Ich sage ihm zwar immer, Schatz, wenn du was leer gemacht hast, Deo, Shampoo oder so, werf es mir in den Beutel, im Vorrat. Diesmal hat er dran gedacht und zwar von AX das Temptation hier. Gold Temptation. Das ist ein Body Deo Spray und das liebt er über alles und ich finde, also ich liebe den Duft auch an ihm. Das ist nicht zu herb. Der ist ein bisschen sinnlich. Ich liebe den Duft und ja, Olaf, ich glaube, wir haben es ihm auch schon wieder nachgekauft. Ja, er hat auch noch andere Deos, aber er mag am allerallerliebsten dieses hier. Es hält lange, es schützt ihn gut und ja, ist glaube ich sogar ohne Aluminium, meine ich. Ja. Dann habe ich hier so eine kleine Probe von der Zahnpasta Oral-B Blendermed Pro Expert. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal so bekommen habe im DM, in so einem Grabbelkörbchen. Ich glaube es fast. Die fand ich jetzt nicht ganz, also die hat gereinigt, ganz normal. Aber hier waren so, der Duft war auch okay. Ich mag es nicht, wenn eine Zahnpasta zu scharf schmeckt, dass das so brennt im Mund. Das mag ich nicht. Hier waren aber so ganz kleine Kügelchen drin und die hat man schon gespürt. Klar, wahrscheinlich dienen diese Kügelchen dazu, dass die Zähne sauberer werden. Genau, hier sind mit löslichen Mikroaktivkügelchen. Aber irgendwie fand ich das störend. Ich habe, weiß ich nicht, ich fand das mit der Zahnpasta nicht so toll. Ich werde mir die nicht nachkaufen. Ich habe noch eine Zahnpasta geleert. Die habe ich mir schon nachgekauft. Die LMAX Intensivreinigung. Spezial Zahnpasta für glatte, natürlich weiße Zähne. Die ist ganz schön teuer. Ich glaube über 4 Euro. Und es ist eine kleine Tube. Aber die benutze ich auch nicht tagtäglich, sondern, man, mich juckt es. Ich glaube, mich hat eine Mücke gestochen im Dezember. Naja, aber heute hatten wir so eine Pue. Gestern, wir hatten gestern 15 Grad plus. Ist doch der Wahnsinn, oder? Wir haben Dezember. Früher hat es ein Minus 15, heute plus. Naja, deshalb, ich glaube, mich hat eine Mücke erwischt. Gut, also diese Zahnpasta Intensiv, die lohnt sich auch. Also die macht die Zähne richtig schön sauber. Und ja, ich weiß nicht, ich fühle mich hiermit einfach wohl. Und die benutze ich so 2-3 Mal die Woche. Meistens abends, ja. Und dann haben wir natürlich fleißig gebadet. Mein Mann badet ja auch unheimlich gerne. Von Isana, vom Rossmann, das Wohlfühlbad Golden Glamour. So eine richtig schöne große Pulle. Und hier unten seht ihr auch noch so ein bisschen, die Flüssigkeit war so leicht goldfarben. Und ich weiß nicht, ob es das immer gibt. Ne, hier steht limitiert drauf. Wird es nicht immer geben. Aber ich habe das schon zum zweiten Mal jetzt in Gebrauch. Ich hatte schon mal so eine Pulle. Es war ein toller Duft. Weiß gar nicht, wonach. Ach, so ein bisschen orientalisch vielleicht. Das Einzige, was ich blöd finde, ist das Riesenloch hier. Dadurch ist es dann schon mal passiert, dass eigentlich viel zu viel für ein Bad rausgeflutscht ist. Aber gut, dafür hatte mein Mann oder ich dann noch mehr Schaum. Ansonsten kann ich nichts Negatives sagen. Es schäumt schön. Und ich, ja, mein Mann und ich baden gerne da drin. So, dann habe ich eine Dusche geleert. Und zwar von Duschdas, exklusive Edition Creamy Coconut. Mit Hibiskus. So, das ist diese hier. Also Duschdas finde ich klasse. Mag ich sehr. Und das hat wirklich angenehm nach Kokos geduftet. Nicht zu stark. Hier waren dann auch noch so rote Kügelchen drin. Sieht man jetzt leider nicht mehr. An sich war diese Flüssigkeit leicht milchig-weiß. Und da waren dann so, ich denke mal, das waren Hibiskusblüten. So ganz kleine Punkte. Angenehm. Nicht zu stark nach Kokosnuss. Aber ja, Duschdas. Ich habe ja letztens mein Update gedreht zu meiner Duschsammlung. Und da war, glaube ich, das ein oder andere von Duschdas noch dabei. Und deshalb, also, ich würde es mir nachkaufen. Aber, ja, war eine exklusive Edition. Wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Dann habe ich eine Nagelfeile platt gemacht. Ich mag ja diese Sandblattfeilen. Und diese schöne Pfeile, Ocean Breeze, please, steht hier drauf. Die hatte ich von der lieben Sandra geschenkt bekommen. Sie hatte mir mal was geschickt. Der lieben Make-up is my passion. Auch dich grüße ich ganz lieb. Ja, das hat sie mir zugeschickt von Hawaii. Und genau, die kommt nämlich von Bath & Body Works. Genau, da steht es. Und die war klasse. Die hatte, also, da waren beide Seiten gleich grob, würde ich sagen. Oder war die etwas gröber? Ich glaube, das war die etwas feinere Seite. Aber die fand ich auch okay. Ja. Ja, die habe ich ordentlich benutzt und war gut. Wie gesagt, ich benutze Sandblattfeilen. Ich habe sonst immer die von Eberlin. Dann haben wir hier eine Mundwasser, hätte ich jetzt fast gesagt. Um Gottes Willen, nicht in den Mund damit. Nein, ich habe das Gesichtswasser geleert vom BB Young Care. Tägliches Gesichtswasser gegen Mitesser. Das ist die alte Version. Ich habe die neue Pulle schon. Die gibt es jetzt in einer anderen Pulle. Und riecht auch etwas anders. Also, das hier braucht ein bisschen mehr nach Alkohol, finde ich. Hier ist auch ordentlich Alkohol drin. In der neuen Version ist auch Alkohol. Aber da ist so Eukalyptus irgendwas. Minze Eukalyptus. Und das erfrischt so richtig euer Gesicht. Und nichtsdestotrotz fand ich das jetzt hier nicht schlechter. Es hat gut geholfen, fand ich. Wenn ich mal Hautunreinheiten hatte, habe ich regelmäßig morgens und abends dieses Gesichtswasser benutzt. Und fand schon, dass es gegen meine Mitesser-Pickel geholfen hat. Und deshalb habe ich mir auch die neue Version gekauft. Und ja, kann ich empfehlen. Auch die neue Version. Dann, genau. Ach, das war toll. Leider habe ich es verpasst, vergessen ein Foto von zu machen. Ich hatte hier von Lash mal eine Kugel, so eine Badebombe geschenkt bekommen. Hier steht der Name. Intergalaktik. Da steht der Name. Genau, wenn ihr da mal im Internet oder wenn ihr einen Lash habt in der Nähe. Also das war eine Kugel. Die hat wunderbar gerochen. Die hat ganz, ganz lange gesprudelt, bis die aufgelöst war. Da war ich fast fertig mit Baden. Also fast eine halbe Stunde hat die im Badewasser gebraucht, sich aufzulösen. Ich lese mal vor. Sprudelnde Badebombe, die dich ins All katapultiert. Dieser galaktischen Mischung wirst du sofort verfallen, wenn sie in deiner Wanne zu Sternenstaub explodiert. Naja, es hat jetzt keinen Knall gegeben, aber ich sage euch, Sternenstaub, beziehungsweise die Kugel, die war sehr blau, die Kugel. Das Wasser war auch schön blau. Aber außenrum sah ich schon so leichte Goldpartikel. Da habe ich mir gedacht, ja gut, ein bisschen glitzernde. Ich weiß nicht. Ich habe in der Wanne gelegen und auf einmal, ich hebe meinen Arm so hoch und dachte mir, ach du ahnst es nicht. Ich hatte einen Gefunkel, einen goldenen Staub überall. Ja, also die Kugel war auch innen drin, die war überall voll mit diesem Sternenstaub, sage ich mal, mit Goldglitzer. Ich musste mich wirklich danach gründlich unter der Dusche absprühen. Normal mache ich das nicht. Dann stelle ich mich in die Badewanne und mache einmal so. Aber das, auch meine Badewanne, als ich das Wasser abgelassen habe. Ich habe meinen Mann gerufen. Ich schade, dass ich, oder habe ich einen, falls ich doch ein Foto gemacht habe, blende ich es euch ein. Aber sonst müsst ihr mir das einfach glauben. Ich glaube, ich habe es verpasst mit dem Foto. Meine Wanne war über und über mit Gold. Also das fand ich leider nicht so schön, muss ich sagen. So ein bisschen Glitzer ist okay. Aber meine Haut, meine Härchen, überall an den Beinen, am Körper hatte ich diesen Goldglitzer. Und meine Wanne war auch voll. Das fand ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ansonsten war das eine tolle Badebombe. Ja, und meine Haut danach, ja gut. Ich habe mich danach nochmal mit so einem anderen Duschschaum abgewaschen. Ja, es war schön. Der Duft war schön, die Farbe war schön. Sie hat lange gesprudelt, aber es war ein bisschen zu viel Goldglitzer, leider. Und dann, ja, normal, vergesse ich auch sowas euch zu zeigen. Wenn ich jetzt ein Waschmittel leer mache, das kommt eigentlich direkt im Müll, weil wir wohnen hier im obersten Stock, sage ich mal, im Haus. Ja, Schwiegereltern wohnen unten und mein Keller, meine Waschmaschine ist ganz unten. Deshalb werfe ich immer da gleich alles weg. Aber das möchte ich euch zeigen, weil das habe ich schon zweimal jetzt nachgekauft. Von Denkmit Wäscheduft. Gibt es noch nicht so lange. Ist so eine kleine Flasche und steht nicht unmittelbar bei den Waschmitteln bei uns im DM. Letztes Mal, ich war im DM und habe es nicht gefunden. Wo stand das denn? Bei den Kerzen? Irgendwie stand es da, wo man es eigentlich nicht suchen würde. Weil es ist ein Wäscheduft, das kommt ins Weißspülfach. Aber hier steht drauf, man soll keine anderen Weißspüler verwenden. Man soll dann nur dieses hier in die Kammer füllen. Der Wäscheduft von Denkmit verleiht ihren Textilien eine angenehme Frische. Für alle waschbaren Textilien geeignet. Auch für Sport und Funktionskleidung. Ja, man macht so zwei bis drei Spritzer da rein. Ja, manchmal mache ich auch vier, fünf. Aber ich finde den Duft so klasse und der bleibt wirklich lange in der Wäsche. Einfach so ozeanisch, aquatisch, frisch. Hammer toll. Und habe ich mir, wie gesagt, jetzt schon zweimal nachgekauft. Und hier steht drauf für Waschmaschine und Trockner. Wir haben jetzt keinen Trockner, aber es kommt halt in die Waschmaschine. Und ich kann es nur empfehlen. Ja, finde ich toll. Und man kommt auch mit so einer kleinen Flasche, die war jetzt auch nicht so teuer. 200 Milliliter. Ich weiß nicht, mit wie vielen Waschgängen ich damit hingekommen bin. Keine Ahnung, 15? Bestimmt. Jo, dann habe ich geleert von Trended Up diesen Ultra Quick & Dry Topcoat. Ja, der ist fast leer. Der ist ja von der neuen DM-Marke, kosmetischen Marke. Und das ist halt der Schnelltrocknungstopcoat. Ich habe auch den Essie Good To Go. Aber der hier trocknet wirklich den Nagellack auch in Sekundenschnelle. Habe ich mir schon nachgekauft und kann nicht meckern. Also ich sage mal so, ich glaube, wenn ich mir diesen hier drübergebe, hält mein Nagellack vielleicht einen Tag kürzer wie mit dem Essie Good To Go. Ich glaube, der Essie Good To Go als Topcoat, der hält den Nagellack irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Der schützt einfach den Farblack länger wie dieser hier vielleicht. Aber nichtsdestotrotz eine große Empfehlung. Er ist günstig und er trocknet halt den Nagellack super schnell durch. Habe ich mir nachgekauft. So. Oh, dann habe ich noch eine Zahnpasta geplättet. Genau. Von La Vera. Genau. Das ist ja Naturkosmetik. Die Zahncreme Sensitiv mit Bio-Kamille und Natriumfluorid. Da war ich mal neugierig, weil ich mag ja La Vera sehr. Und dann habe ich mir mal irgendwann diese Zahnpasta gekauft. Und die ist wirklich total toll. Ja, die riecht angenehm. Einfach eine normale weiße Zahnpasta ohne Kügelchen oder so. Eine ganz angenehme Frische. Brennt nicht. Ist sogar vegan, sehe ich gerade. Schonende Reinigung bei schmerzempfindlichen Zähnen. Schutz vor Karies. Ja. Vielleicht kaufe ich sie mir nach. Ich habe jetzt noch andere Zahnpasten. Die möchte ich erst mal leeren. Aber es kann schon sein, dass ich mir die irgendwann mal nachkaufen werde. Fand ich gut. Dann habe ich ein Deo geleert. Genau. Rexona. Dieses kleine. Diese Compressed Deos. Und ohne Aluminiumsalze. Genau. Das ist dieses hier. Fand ich sehr, sehr gut. Toller Duft. Und ja, so nach Gurke irgendwie. Aloe Vera, Gurke. Es hat mich lange geschützt. Ich bin ja jetzt auch jemand. Ich komme nicht so schnell ins Schwitzen. Ähm, aber ja, ich habe mich wohl gefühlt. Ne, also. Und es hat wirklich. Es soll ja genauso lange halten. Hier sind 75 Milliliter drin wie ein 150 normales Deospray. Normale Größe. Und das kann ich bestätigen. Also ich bin hiermit sehr, sehr lange ausgekommen. Und ich glaube schon, da ist was dran. Ja, man kommt da, würde ich sagen, fast genauso weit wie mit diesen größeren Deos. So, dann ein super, super Produkt. Seit ich das habe, ich liebe es. Ich habe es mir nachgekauft. Von die Make-Up Expert. Die Augen-Make-Up Entferner Pads. Waterproof. Diese hier. Also die habe ich immer genommen. Ich hatte jetzt im November, fing das an. Oder auch schon im Oktober. Manchmal nach einer Feier. Oder wenn man spätabends einfach zu müde war, um jetzt ins Bad zu gehen. Und mit Wasser. Und hast du nicht gesehen. Da habe ich dann diese Pads genommen. Für die Augen. Und die haben wirklich, das sind ziemlich dünne Pads gewesen. Erstmal der Duft ist phänomenal. Ja, ist natürlich jetzt leer. Aber die haben wirklich schnell und schonend. Es hat nichts gebrannt. Und hat wirklich jede Mascara, jedes Augen-Make-Up super gut von meinen Augen weggenommen. Ich habe da vom Fernseher gesessen. Mit einem Auge Fernseher geguckt. Mit dem anderen so über die Augen gegangen. Ich fand es klasse. Ich habe mir die schon nachgekauft. Also die benutze ich wirklich dann, wenn ich abends keine Lust habe, jetzt ins Bad zu gehen. Und da großartig rumzumachen. Ja, 100%. Ne, 0% Parabene. Baumwolle. Was steht hier noch? Moment, Moment. Genau, hier waren 30 Stück drin. 100% biologisch abbaubare Baumwolle. Genau. Große Liebe. Werde ich mir erstmal immer nachkaufen. So, gleich haben wir es auch schon. Dann habe ich nochmal was für die Zähne. Don Todent aus dem DM. Brillant weiß Zahnband. Minze. Ja. Zahnseide. Ich habe jetzt im Moment eine andere Zahnseide. Aber diese hier fand ich ganz gut. Die flutschte ganz gut durch meine doch ziemlich eng zusammenstehenden Zähne. Genau. Fluorid halte ich. Mit Minzgeschmack 50 Meter. Bin ich lange mit ausgekommen. Doch. Ja. Kann ich empfehlen. Jetzt habe ich glaube ich welche vom Rossmann. Die finde ich nicht ganz so gut. Also ich kann jetzt schon sagen, dass ich die besser finde. Ja. Diese hier werde ich mir vielleicht bald mal nachkaufen. Ja. Dann habe ich noch was für die Nägel geleert. Eigentlich ein super Produkt von Seshweed. Wenn ich das richtig ausspreche. Das ist auch so ein Schnelltrocknungstopcoat. Oder Nagelhärte auch. Was steht denn hier? Dry Fast Topcoat. 14 Milliliter. Hier ist jetzt noch ein bisschen was drin. Das ist aber sehr zähflüssig geworden. Das kann ich nicht mehr verwenden. Es. Ja. Ich gebe mir das über einen Farblack, über einen Nagellack drüber. Und trocknet auch sehr schnell den Farblack durch. Und macht den Lack auch sehr lange haltbar. Leider sind hier die Inlandstoffe sehr mies. Ich habe mal geguckt mit diesem Codecheck. Mit dieser App. Da waren die Inhaltsstoffe nicht so prickelnd. Leider. Ich habe jetzt noch das. Ich habe mir die damals bei Amazon im Dreierpack gekauft. Jetzt habe ich noch eine Flasche. Die werde ich noch aufbrauchen. Und dann werde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Ja. Es stinkt auch sehr. Also. Ich denke, dann werde ich das erstmal. Ja. Keine Pause machen. Ja. Die Inhaltsstoffe haben mich doch ein bisschen erschrocken. Die waren nicht so prickelnd. Muss ich gestehen. Dann habe ich nochmal ein Bad geleert. Von Balea. Creme Bad Rose und Vanille mit traumhaften Schaum. Dieses hier. Ich glaube, das gibt es auch noch. Und das fand ich ganz, ganz toll. Es hat die Haut nicht ausgetrocknet. Ausgetrocknet. Angenehmer Duft. Langer. Schöner Schaum. Es hat mehr nach Vanille wie Rose geduftet. Ich finde, Vanille kommt mehr hervor. Ja. 750 Milliliter und ja, weiß nicht. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal. Ich habe jetzt eins von Nivea. Mal gucken. Also es kann sein, dass ich mir hier von, da gibt es jetzt noch eine neue Sorte. Vielleicht teste ich die mal. So, was haben wir hier noch? Ein Produkt nur noch. Und zwar, nochmal was zum Baden. Von Kneipp Tiefenentspannung. Da hatte ich noch so eine kleine Flasche. Tiefenentspannung ist wirklich Tiefenentspannung. Das ist eine, hier unten sieht man es vielleicht noch. Das ist wirklich, das färbt euer Badewasser in einem super dunkelblau. Der Duft ist hier Patchouli Sandelholz. Ich liebe den Duft. Och, ich weiß auch nicht. Also das Bad habe ich schon öfters gemacht. Tiefenentspannung. Erstmal tolle Pflege. Kein Schaum, aber der Duft, die Pflege abends. Also wenn, dann bade ich da drin abends. Weil ihr könnt, also ich kann danach wirklich schlafen wie ein Baby. Ich bin hin und weg und ich weiß nicht, ob ich es nochmal habe. Ich muss gucken. Aber ich werde es mir sonst irgendwann nachkaufen. Vielleicht auch mal in einer großen Flasche. Genau. Ja, ihr Lieben, das war es. Ich fand es jetzt, ich glaube ich hatte schon mal mehr verbraucht in einem Monat. Aber gut, es ist nicht immer gleich. Und ihr wisst ja auch, ich habe zum Beispiel bei manchen Sachen auch gleichzeitig mehrere Produkte auf. Und bis sich dann mal eine Gesichtscreme aufbraucht oder so, dauert es halt manchmal ein bisschen. Ja, aber dafür kann es vielleicht einmal passieren, dass ich vielleicht im Januar oder im Februar auf einmal zwei, drei Cremetuben leere. Wer weiß. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal schreiben. Vielleicht war ja was dabei, was ihr auch favorisiert. Wie gesagt, diese D-Make-Up, Augen-Make-Up-Entferner-Pads. Große, große Liebe. Ja, wirklich. Habe ich mir nachgekauft. Und ich glaube, die zweite Dose ist auch schon fast leer. Ja, ich finde es genial und man, ich komme damit meistens auch pro Auge mit einem Pad aus. Ja. So, jetzt habe ich ein Kloß im Hals, jetzt brauche ich einen Kaffee. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Zeit, fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte mich auch noch mal ganz lieb bei euch bedanken für eure lieben Kommentare unter meinem letzten Video. Das war ja kurz vor Weihnachten oder genau am 24. Vielen lieben Dank. Es haben so viele von euch mir frohe Weihnachten gewünscht. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich mal sagen, entlasse ich euch jetzt. Freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.